Das sind Alex, Emily und Kim. Ihr Arbeitsalltag ist agil. Jetzt fragen Sie sich, wie können Sie im Unternehmen noch besser zusammenarbeiten? Die Lösung ist eGroupware. Weder lange Kontaktsuche noch endlose Terminabsprachen. eGroupware ist eine integrierte Arbeitsumgebung, in der alle Fäden zusammenlaufen. Das spart Zeit und schafft zufriedene und produktive Anwender. eGroupware ist modular aufgebaut und verbindet das Beste aus klassischen Funktionen wie E-Mail, Kalender, Kontakte und CRM mit Videokonferenzen, Chat und einem Ticketsystem. Die zentrale Dateiverwaltung mit File-Sharing und einer Office-Suite sowie ein integriertes Kanban-Board und Projektmanagement bilden ein smartes Online-Office. Mit eGroupware können Sie auch im Homeoffice oder an verteilten Standorten flexibel arbeiten, für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. On top gibt es einen starken persönlichen Support in Deutsch und Englisch. Der Start gelingt entweder mit der Eigeninstallation, die sich vor allem für Unternehmen mit eigener IT-Infrastruktur eignet, oder per Cloud-Version, die ohne Aufwand verfügbar ist und immer auf dem neuesten Stand bleibt. eGroupware ist Open Source und entwickelt sich ständig weiter. Die Plattform bleibt dabei frei skalierbar und eignet sich für KMU jeder Branche, Stadtverwaltungen, Bildungseinrichtungen und große Unternehmen. Die Nutzung ist nicht nur DSGVO-konform, denn eGroupware wird in Deutschland entwickelt und betrieben, sondern unterstützt auch die digitale Souveränität. eGroupware baut auf eine leistungsfähige und sichere Infrastruktur, beherrscht eine Vielzahl moderner Schlüsseltechnologien und fördert ein innovationsoffenes Umfeld. eGroupware – Smart Online Office – jetzt ausprobieren und eine kostenlose Testversion anfordern.